Nächster Punkt. Veranstaltungen wie diese organisieren, wo die Menschen live Hasskredigten mitbekommen können. Das ist ganz wichtig. Heute kommen wir mal aus der dschihadistischen Hinterhof-Moschee, voll vor den Hauptbahnhof, damit die Leute das mitbekommen. Das ist der Punkt. Und damit man auch Leute dafür sensibilisiert von den Nicht-Muslimen, organisiert so etwas. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, hat der Prophet Al-Israel das gemacht? Der Prophet hat solchen Sachen zugestimmt. Aber natürlich, wenn sie islamisch sind, nicht wenn wir Steine nehmen und den Bahnhof kaputt machen oder Leute auf der Straße schlagen oder beschimpfen oder die Straße versauen. Und deswegen nachher, der Islam ist eine Religion der Sauberkeit. Die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Ich möchte, dass jeder Müll hier weggeräumt wird, wenn jemand hier etwas hingeschmissen hat. Das ist islamisches Benehmen. Auf jeden Fall darauf zurückzukommen, liebe Geschwister. Zur Zeit, als der Prophet noch kein Prophet war, kam ein Mann nach Bekka und er wurde betrogen von Al-As ibn Wa'il. Das war ein Führer der Quraysh. Was hat dieser Mann daraufhin gemacht? Dieser Mann ist daraufhin in die Innenstadt gegangen und hat sozusagen eine Ein-Mann-Demonstration gemacht. Der hat gesagt, hier, ich bin betrogen worden bei euch Quraysh. Gibt es keinen, der dagegen aufsteht? Das hat dazu geführt, dass die Quraysh sich gesammelt haben mit einigen Leuten, die... Also der Quraysh ist der Stamm in Mekka gewesen. Die sich dann zusammengetan haben und beschlossen haben, dass wenn einer von außerhalb kommt und betrogen wird, dass man sich für ihn einsetzt. Dass man sich für ihn einsetzt, dass man sich für die Gerechtigkeit einsetzt. Und der Prophet, Friede und Segen mit ihm hat später gesagt, würde ich heute zu diesem Vertrag, zu diesem Pakt aufgerufen werden, würde ich da heute noch dran teilnehmen. Wo es um Gerechtigkeit geht. Gerechtigkeit muss die Essenz sein des Islams. Allah sagt im Koran, Wir haben schon vorher die Gesandten gesandt mit der Verdeutlichung und haben mit in die Waage und das Buch herabgesandt, damit die Menschen mit Gerechtigkeit walten. Das heißt, ein Grund, warum der Koran herabgesandt wurde und die Tore und das Evangelium, ist, damit die Menschen mit Gerechtigkeit walten. Deswegen seid gerecht, liebe Geschwister. Adilu u akrabu di taqwa vi allah im Koran. Seid gerecht, dass es näher zur Gottesfurcht.